Hallo und herzlich willkommen bei Energie-Wirtschaft-Einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die weitere Ausrichtung von diesem Kanal von Energie-Wirtschaft-Einfach auf YouTube. Weil, ihr habt ja jetzt über die letzten Wochen und Monate bemerkt, es gab jetzt relativ wenig neue Videos, weil es natürlich auch eine gewissermaßen Sommerpause gab und ich auch die genutzt habe, um umzuziehen mit meinem Büro. Weil das Technologie- und Gründerzentrum in Gera wird aufgelöst zum Jahresende und ich bin jetzt einfach schon rausgezogen ins Homeoffice erstmal, bis auf Weiteres. Und werde mir wahrscheinlich noch mal ein anderes Büro hier in meiner Nähe suchen, weil ich bin ja mittlerweile nicht mehr Gera, ich wohne ja auf einem Dorf in der relativ tiefen Nähe, also eine halbe Stunde ungefähr entfernt und wahrscheinlich werde ich mir hier ungefähr was suchen. Mal gucken. Gleichzeitig habe ich jetzt diverse Seminare wieder gemacht und werde jetzt wahrscheinlich auch einen längerfristigen Consulting-Auftrag machen und habe diverse Seminarplanungen fürs nächste Jahr, ist alles schön und gut. Aber ich brauche auch wieder so eine klare Idee dafür, was ich mit diesem Kanal eigentlich machen will. Weiter ist ja nicht mein Job. Das hier ist mein Marketingkanal für das, was ich eigentlich mache. Ich bin Unternehmensberater und Seminartrainer. Und das Dilemma mit über 350 Videos, die wir bisher so haben, ist ja auch, wir haben vieles, was so im Kern der Energiewirtschaft ist, irgendwann schon mal besprochen. Soll ich jetzt also nochmal neu über die Netznutzungsabrechnung sprechen oder reicht es, dass es vor dreieinhalb Jahren ein Video dazu gab? Wenn ich immer nur über interessante aktuelle Veröffentlichungen spreche, dann kommt es eben mal ein bisschen darauf an, was BNSA und Gesetzgeber so tun, weil, naja, manchmal wird es wochenlang dann nichts Interessantes Neues geben. Aber will ich wochenlang nichts veröffentlichen? Das will ich irgendwie auch nicht, weil ihr natürlich auch verdient habt, über euer Abo hier, euer kostenloses Abo, dass ihr coolen Content bekommt. Und prinzipiell könnte ich natürlich auch einfach Reactions machen auf irgendwelche anderen Formate, über irgendwelche Reportagen, Dokumentationen rund um Energiewende, Energiewirtschaft und Co. In Hoffnung, dass es nicht gestrikt wird vom Urheberrechter, Inhaber. Oder ich könnte natürlich auch, ja, wieder auf irgendwelche Kernthemen der Marktregeln in der Energiewirtschaft eingehen. Ich könnte auch nochmal über das große Ganze so sprechen. Aber ich kann natürlich auch prinzipiell hochwertigere Produktionen machen, weil ich, zugegebenermaßen, mit diesem sehr simplen Format hier, ne, Talking Head, ich spreche einfach zur Kamera, dann plane ich irgendwann halt meinen Monitor ein und zeige, was die aktuelle Veröffentlichung ist, über die ich spreche, und dann wieder mein Gesicht, und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Da schneide ich ja nichts. Ich, ja, ich glaube, seit ich 13 oder 14 war, habe ich teilweise sehr, sehr aufwendig Videos bearbeitet. Und habe ja auch die entsprechende Adobe-Software hier, mit der ich alles machen kann. Ich kann auch Animationen oder sowas. Ich mache es nur nicht hier, weil es ist nicht notwendig bisher. Aber vielleicht sind es ja auch mal so hochwertigere, höherwertigere Produktionen, die richtig interessant für euch sein könnten. Gerade im Kontext, wenn ich euch mehr mit auf mein Berufsleben nehme. Also, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Seminare veranstalte, muss ich irgendwo hinfahren, dass ich euch da so ein bisschen mit auf die Reise nehme. Oder wenn ich als Unternehmensberater unterwegs bin, dass ich da anekdotisch drüber spreche, vor allem über meine vorigen Aufträge, weil aktuell ist immer so eine Sache, dass ich da so ein bisschen Compliance-mäßig korrekt unterwegs bin. Natürlich schon gar kein Hinweis drauf gebe, mit welchen Kunden ich arbeite. Außer, die wollen das. Und das könnte natürlich interessant sein, dass ich euch da so ein bisschen mit auf die Reise nehme und da so ein bisschen eine höherwertigere Produktion mache. Oder eben irgendwelche Sachen ganz anders noch ausarbeite und dann eben so Formate veröffentliche, wie ihr sie vielleicht von anderen YouTubern kennt. Hochwertiger produziert, mit vielen Hintergründen und wilden Schnitten und wilden Einbildungen und so weiter. Weiß ich nicht, ob euch das interessiert oder nicht. Und deswegen ist es für mich mal super interessant, wenn ihr mir ein Feedback darauf hier in den Kommentaren gebt. Und ich werde in dem Community-Tab von Energiewirtschaft einfach in den nächsten Tagen auch noch Umfragen dazu starten. Immer mal wieder verschiedene Umfragen, damit ich ein Gefühl dafür kriege, was ihr wollt. Wenn euch diese Formate hier nicht so sehr interessieren, aber prinzipiell schon. Ich habe ja auch noch andere Kanäle. Zum Beispiel ein, der heißt einfach Carsten Eckert. Können die sowas dann veröffentlichen. Follow me around als Consultant oder als Trainer. Geht auch dort. Von daher, mir ist es schon wichtig, dass ich ein Gefühl dafür kriege, was ihr wollt. Weil ich selbst bin mir unsicher, ob ich die Unmenge an energiewirtschaftlichen Content, die wir schon mal gemacht haben, es einfach nochmal neu aufwärmen soll. Das ist auch blöd. Und zwar habe ich teilweise ganz andere Erkenntnisse mittlerweile oder auch andere Ansichten zu verschiedenen Kernthemen, aber lohnt es sich wirklich, die nochmal neu zu machen. Weil, zugegebenermaßen, zu den erfolgreichsten Videos dieses Kanals gehören immer noch so absolute Grundlagenvideos von vor drei, vier Jahren. Rund um die Marktstruktur zum Beispiel der Energiewirtschaft. Oder rund um Energiebalancieren oder Energiehandel. Da ist es ja im Kern richtig, warum soll ich das nochmal neu machen? Außer ich habe eine coole andere Format-Idee. Von daher wäre es für mich super interessant, was ihr wollt. Auch prinzipiell für den Podcast, der eher längere Inhalte auch haben könnte, wünsche euch, dass ich hier auch mal Interviews mache oder Gespräche mit anderen Energiewirtschaftlern und Energiewirtschaftlerinnen rund um aktuelle Entwicklung zum Beispiel oder rund um Grundlagenthemen und die grundlegende Entwicklung der Branche zum Beispiel. Die ja mittlerweile viel komplexer ist als noch vor zehn Jahren. Schon interessant. Naja, deswegen wäre es super, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könnt. Weil am Ende des Tages will ich hier natürlich euch auch die Chance geben, kostenlos, was zu lernen über die Eindewirtschaft. Wie gesagt, Lernportal mit Kursen und E-Books betreibe ich so. Seminare betreibe ich auch so. Und Consulting, aber das ist hier ja direkt für euch. Das mache ich ja nicht für mich, diesen Kanal. Das mache ich für euch. Also, was wollt ihr überhaupt von mir? Was wollt ihr überhaupt von mir? Wäre super spannend. Genau. Da ich jetzt auch hier sehr viel im Homeoffice mache und da natürlich dann auch prinzipiell zeitlich flexibel bin, kann es also auch gut passieren, dass ich einfach mehr produziere, wenn ich weiß, was ihr wollt. Von daher, gebt mir da gerne mal einen Hinweis. Die letzten Wochen waren relativ turbulent, also auch nebenbei das Marco-Abo, also diesen Mitgliederbereich bei uns auf der Lernplattform zu befüllen, war echt teilweise sehr anstrengend. Und ich musste auch manchmal immer wieder Termine reißen. Aber jetzt geht es da gerade richtig los. Ich veröffentliche da jetzt auch einen Videokurs zu dem Formatwechsel vom Oktober 2023. Jeder, der im Marco-Abo ist, kriegt den so. Jeder, der nicht im Abo ist, muss den so kaufen. Und dementsprechend ist da jetzt langsam aber sicher auch schon echt wertvoller Inhalt drin. Aber auch das wird natürlich weiter wachsen müssen. Dementsprechend euer Feedback, eure Wünsche, eure Infos, eure Anforderungen und eure Hoffnung rund um Energiewirtschaft einfach. Würden mich super interessieren. Also wenn ihr die unten in die Kommentare schreiben könnt, was ihr hier auf dem Kanal haben wollt, aber auch ansonsten euch wünscht, von mir als Dienstleister am Markte. Ich würde euch darum bitten, mir ein Feedback zu geben dafür. Okay. Insbesondere auch, weil teilweise, wenn es so richtig lange, lange Videos, doch ja lange Videos gibt, aber vor allem auch sehr viel geklickte Videos gibt, die kriegen dann irgendwann sehr, sehr viele Kommentare. Und ich komme in diesem Marketing-Kanal, der ja nicht mein eigentlicher Job ist, nicht so richtig hinterher manchmal. Deswegen werde ich auch wieder diese Q&As machen, diese Livestream-Q&As, so einmal im Monat vielleicht, wo ich auf eure Fragen dann auch nochmal eingehe, auf die, die ich vorher gesammelt habe und die, die dann live kommen. Und dann haben wir hoffentlich hier ein richtig schönes Angebot, mit dem ihr dann auch zufrieden sein könnt. Okay. Soweit dazu. Ja, das war's. Euer Feedback gerne in den Kommentarrunden oder halt über www.energwirtschaft.einfach.de, über das Kontaktfummel auch zum Beispiel per E-Mail direkt an mich. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei www.energwirtschaft.einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.